äh, hi Leute! Ein kleines Infovideo für euch äh, ja vielleicht habt ihr es mitbekommen auf Duelit seinem Kanal startet seit heute das Let's Play Together Minecraft Staffel 1 Staffel 1 da hat das schon ein bisschen zu fairer verraten der liebe Sparek, ja aber ähm, ich bin natürlich mit dabei, Invictus ist mit dabei und Duelit natürlich selber, weil er ihn aufnimmt ähm, Musik die im Hintergrund hört ist immer noch, äh, Nightcore also mit Nightcore gemacht, äh, Surrender einfach nur ein geiles Lied benutze ich auch in letzter Zeit im Outro von Sparek Labbad ähm äh, worum es jetzt geht das Infovideo ist eigentlich pur wegen diesem Trailer, weil ab, eigentlich hab ich von Anfang an mit aufgenommen, wollte ich zumindest ähm, nur dann ist das passiert was jedem Let's Player nicht passieren sollte Fraps hat sich hat das eigene Mikro nicht aufgenommen ihr könntet zwar, wenn ich jetzt alles hochladen würde, rendern würde, hochladen bla bla bla, könntet ihr zwar Duelit und Invictus hören aber nicht meine und das ist doch scheiße ähm das heißt die ersten Parts, das sind dürften das sind 3 Stunden, sagen wir es so 3 Stunden umsonst aufgenommen bei mir 3 Stunden 182 Gigabyte für 3 Stunden für 3 Stunden ist scheiße wenig für Minecraft ich weiß, aber hey ist geil ähm nochmal kurz das Bild verschieben nein ja ich hab grad meinen Desktop gesehen nicht schlimm äh wo war ich? ah ja mhm das dürften 11 Folgen sein hat Duelit mir auf jeden Fall so gesagt 11 Folgen wären es bei Duelit gewesen ähm das heißt ab Folge 12 kommt das Let's Play auch bei mir das heißt die ersten Parts könnt ihr nur also die ersten 11 Parts oder 12 oder 13 könnt ihr nur bei äh Duelit sehen und ab dann könnt ihr es auch bei mir sehen äh das war's ich würd sagen bis dahin euer Sparic tschau tschau boah ist das geil